Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin hier gerade ein bisschen wuschel, wuschel, wuschel. Ich bin gerade bei den Kissen geblieben. Ja, mein Zimmer. Sieht eigentlich unheimlich aus. Ich habe gerade von... Kann man sehen? Ich habe gerade die ganze Zeit dieses Daily Wolf geguckt und so. Weiteres und Bonnie Trash und Dream von Bonnie Trash, der Freund, habe ich gerade die ganze Zeit geguckt, von 17 Uhr und jetzt ist es 19.13 Uhr, also 2 Stunden und 13 Minuten. Ja, naja, ich habe eigentlich ein bisschen 16 Uhr schon angefangen. Ja, und die Lina ist gerade wiedergekommen. Die sind irgendwann 11 Uhr noch was gefahren, zum Geburtstag von ihrer Oma, glaube ich, oder Großomar. Weiß ich nicht, ähm, ja, und jetzt sind sie gerade wiedergekommen. Es ist 19.14 Uhr. Und ja, ich müsste noch Sachen packen, weil mein Papa hat noch einen Geburtstag. Und das Geschenk habe ich schon. Ja, guck mal hier, meine Schminkacke. Super, voll aufgeräumt. Ich habe ja auch mehr Kunstschungernägel, aber ich hätte vielleicht aus denen alle lecker machen sollen. Ja, hier so ist es Geschenk für meinen Papa, er wird 36, meine Mutti ist. Meine Mama ist 99, ach, ich muss mal nachfragen. Mama, wie alt bist du? 25 und? Wieso, wirst du das wissen? Ich kann nicht wissen, wie alt du bist. 38? Das steht ja in meinem Ausweis. Ne, wozu wirst du das wissen? Musst du deine komische Zeitleiste machen? Ja, wozu wirst du das wissen? Gim an, Hända, dein Telefon, und am Tisch. Ich weiß nicht, was du damit packst. Ich habe gar nichts. Wozu wissen, ich sage jetzt nicht einfach mein Alter, wenn du mir sagst, wozu du das wissen hast. Was ist sie? Dann immer den dann wieder haben. Wir haben den Telefon uns am Tisch. Okay, der hat alles gesucht. Oh, die Seifert rufen einen. Aber kann ja eigentlich nicht sein. Du hast ja kein Geld drauf, oder? Nein, ich habe auch noch Geld drauf. Na, was hast du Geld drauf? Also Mama ist mir nicht gesagt, 38 glaube ich, ähm, und, ja, mein Papa ist noch 35, also, ich bin 10 Jahre alt, bei denen. Im März, äh, 2000, März 2018, der 14. März, äh, vier Jahre, ja, Popsrock. Ah, das war jetzt voll gefaced. Was schreit mir hier oben, der ist dumm. Ähm, brrrrrr. Ich muss jetzt Sachen packen. Naja, vielleicht kann ich euch, kann ich nicht, hm, weil das Handy, was ich jetzt gerade habe, das ist eine und meine Mama benutzt das, ähm, gerade, weil ihr es kaputt ist und von dem Vertrag dauert es. Sie hat schon einen Vertrag angerufen, das dauert zwei Wochen, bis ihr ihr neues Handy bekommt, also, toll. Ja, das wird schon eine Woche und, ja, ich habe noch Sachen und da wollte ich euch mal zeigen, was ich am Morgen und Dienstag anziehen werde. Nämlich, nämlich, dieses Outfit. Das ist so ein Top wie das. So. Und mein Freund, ja, ich habe einen Freund. Ähm, mein Freund zieht auch manchmal Armeesachen an und meine Oma hat das mehr gekauft. Was eigentlich super gut ist, weil das, ah, diese Bände nerven. Dann habe ich mir noch sowas gekauft, wo hier so solche, kein Top, aber, wo solche, wo die Schulter frei ist, habe ich mir gekauft. Und, ja. Das packe ich jetzt in diese hässliche Trasche, die Mama mir gegeben hat. Ich finde die doch so hässlich. Achso, und es gibt Verlosung. Es gibt eine Verlosung. Na? Der Gewinner steht unter. Es ist... Was klein. Jetzt, ähm... Ich verlose jetzt noch nichts Großes vielleicht erst, wenn man ein bisschen älter will. Wisst ihr, Leute, ich verslose diesen Fidget Spinner. Es tut mir leid, habe ich... Die Mama hat nur gesagt, ich darf eine kleine Sache... Große Sachen habe ich. Ich verlose diesen geilen Fidget Spinner. Ich halte die Kamera falsch. Ich verlose diesen Fidget Spinner, der richtig schnell ist. Ähm... Ach, ich kann nicht einfach hinstellen, warte. Na toll. Oh. Ja, ich werde jetzt die Tasche packen. Ähm... Ja. Dann... Werden wir... Ähm... Mal weiter sehen. Das dauert immer so lange, bis ich meine Tasche gepackt habe. Ich weiß nicht warum, aber... Oh nein. Oh, verdammt. Hm. Das dann. Socken. Nicht mit. Ähm... Die Hose... Ich hab was. Ne, es passt nie dazu. Eine... Blaue... Eine graue... Mit blauem Po. Mit blauen... Oh. Mit... 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 Mit blauen Blumen. Zu einer... Grün-Armee. Guck mal. Äh... Armee-T-Shirt. Guck mal. Also... Lisa und Lena. Lisa und Lena. Ich hab Katze... Au. Oh, zu das weh. Wisst ihr, was ich da mache? Ich kuschel mit Giraffi. Giraffi. Ich hab den Namen immer vergessen. Ich geb da immer neuen Namen. Mit Gir... Und die Bettdecke ist so... Autsch. Man sollte niemals mit Zopf schlafen. Hier sind drei Kopfkissen drin. Drei. Und Babys Beauty Palace. Falls du mich siehst, gib mir... Ich würd gern wissen mal, wo du wohnst. Ruf... Schick mir ne SMS an die... Null. Okay, warte jetzt mal. Wartet, ich... Ich schreib's mal auf. Und welche Differen... Ich hab's mal... So... Er misst an. Oh. Er misst an. Diese Nummer. Nachricht schreiben. Keine Worte. Worte hab ich noch nie. Und über Snapchat. Schönen. Schönen. Da weiß ich. Emily Behnert. Ja. Emily Behnert heißt ich über Snapchat. Ich frag mich, wie... Emily Behnert ist ja auch auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Ich finde, was mir überall gibt, bitte, bitte abonniert mich. Schreibt in den Kommentaren, macht ein Like. Damit bekommt ihr diesen schönen Fidget Spinner. Und... Und... Ja. Vielleicht kommt jetzt... Vielleicht kommt da noch ne Bilou-Flasche dazu. Oder ne Bilou-Box. Oder ein Armband. Ja. Deswegen schreibt mir in den Kommentar. Tschuh. Tschüssi. Tschüssi.